dieser Türen gehen, weil der irgendwo zu doof war, den Anderen hinaus und genau zu benutzen. Oder habe ich gerade Scheiße gebaut? Ich muss noch mal nachkommen. So, Türe. Nicht vergessen, man muss immer einen bestimmten Pixel treffen, um sie zu benutzen. Man kann nicht schlecht die ganze Tüte benutzen, das ist auch total sinnlos, aber egal. Also, ich muss ja echt öfter mit Komplettze-Komplettze-Spiel nutzen, verpasse ich 90% des Spiels. Äh, naja, gut, was soll's. Ich bin sowieso voll, wenn ich hier durch bin. Das gefällt mir nicht so. Sagen zwar alle Tests, dass das Spiel gut sei, aber das hier nervt mich vor allen Dingen, dass man nicht automatisch die Treppen hochgeht. Was ist denn das? Und nicht automatisch die Türen benutzen? Na gut, automatisch die Türen benutzen wäre manchmal doof, aber, naja gut. So. Äh, wo war'n wir jetzt? Hier war'n wir jetzt. So. Dann mal eben... Tür, Tür, Tür. Der Türknopf, ey, die Tür wird nicht aufgehen. Dann macht die andere Tür auf, du Feudiot. Ja, schön. Da war' ich schon mal in der Bar. Ich weiß noch ungefähr noch, wo die war, aber, ähm, naja. So. Dann mal eben... Dreh' euch nach links und geht durch die grüne Tür ins Badezimmer. Ähm, jetzt bin ich hier doch hier richtig, oder was? Muss hier ne grüne Tür. Das ist keine grüne Tür. Hier, oder was? Und hier soll ich jetzt was benutzen. Äh, super. Ist ja wirklich sehr sinnvoll. Äh, man muss hier jeden Scheiß mit diesem Kram da benutzen, um vorerst zu kommen, den scannen. Also, echt mal. Ja, hier zum Beispiel. Irgendwas liegt da auf dem Wannenboden. Warum er das nicht selber benutzt, sondern... Kann ich auch nicht. Kann ich vielleicht ein Icon benutzen? Kann ich auch nicht. Ähm, ja. Das ist ein Knopf. Wisst ihr, ihn drücken? Ja. Das war aber eher eine sehr komische Sequenz. Was ist das? Du hast den Schluss durch mit dem zweiten Stock. Jetzt soll ich das wahrscheinlich noch gar nicht haben, aber egal. Haben wir halt schon. Und hier... Kann ich auch nichts benutzen. Vielleicht kann ich hier jetzt was benutzen. Warum hat er eigentlich nicht selber ins... Ne. Das Wasser ist bereits abgelaufen. Ja, schön. Bin ich jetzt richtig oder bin ich hier falsch? Ich bin doch im Badezimmer, oder nicht? Muss hin am Fluss. Ich bin jetzt einfach mal irgendwo über all diese... komische Fälligkeit. Eigentlich bringt das auch nichts. Ah, ich bin im falschen Badezimmer. Was ist denn für die dann bitte noch ein Badezimmer, wenn das kein Badezimmer ist? Das Ding hier, oder was? Das ist für mich aber keine grüne Tür. Das ist für mich braun. Das ist für mich... Nussbraun. Ne, hier bin ich weit. Hier waren die Typen, die hier besiegt haben. Hier sind wir schon überall durchgelaufen. Und, äh... Ne, gut. Gehen wir jetzt einfach nur mal geradeaus. Einfach nur mal geradeaus. Das ist die Tür. Dann gehen wir hier lang. Und haben da nicht hier noch. So, Schlüssel haben wir. Dann habe ich erstmal markiert. So, was ist das? Liegt hier niemand mehr? Ne, Frau. Was war das? Kann ich das nochmal machen? Frau. Irgendeine Frau. Äh. Ne. Schön. Aber... Ich soll hier einen Ring aus einem Abfluss fischen. Aber wo ist der? Hier kann ich gar nichts untersuchen. Lebt hier niemand mehr? Bla, bla, bla. Lebt hier niemand mehr? Mimimimimimi. Mimimimimi. Ja, ist doch schön für dich. Ey, Alter. Ganz ehrlich. Irgendwie... Ich habe ja nichts, was... Irgendwie... Großartig mir helfen würde. Dann legt mir hier einfach die Sequenz. Kommen halt keine, äh... Weitere Zwischensequenz. Anschließend geht es sogar ans Ende an die Corridor. Ähm... Und läuft durch die Tür. Und läuft durch die Tür links und euch. Damit wird wahrscheinlich die Tür gemeinsam, wo wir schon vorhin durchgelaufen bin. Auf eigene Faust. Ich sollte echt mehr mit, ähm... Komplettlösungen spielen, denn... Ansonsten verweist ich der Hälfte. Hier findet ein Speicherraum an Ende des zweiten Ganges. Aber achtet auf den Hasen, denn er attackiert euch mit Nikon. Nachdem ihr den Hasen erlegt habt, läuft ihr durch die erste Tür auf der linken Seite in das Wohnzimmer. Ähm... Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Und der Typ, der ist eben, weil es ist tot, warum spielt ihr immer noch die bedrohliche Musik? Egal. Egal. Wie geht es euch in die Mitte des Raumes um eine Zwischensequenz anzusehen? Ich bin ja in der Mitte des Raumes. Und? Es ist ein paar schöne Sofas. Achso. Es ist ein paar Geschehen-Sequenz. Es ist eine große Geschehen-Sequenz. So nett. Ähm... Hab ich schon eine Zwischensequenz ausgelöst, kann dich nicht mehr dran erinnern. Geht euch in die Mitte des Raumes. Auch nicht zu schnell, sonst für uns pastiert die Stelle. Achso. Oh! Aha! Okay! So langsam, 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 langsam! Und wo bitte? Es wird eine weitere Sequenz, die in diesem Kamin läuft und ihn untersucht. Äh... Der Zweifel findet oft schon gar nichts, und in dem Kamin eine Genissanzkapsel braucht man nicht. Aber jetzt hat die Sachen jetzt, man könnte kaum wieder verlassen. Immer zum Kamin und untersuchen gehen. Äh... Ach, jetzt. Gleiches Foto, das ich im Computer des Krankenhauses gefunden habe. Ja, genau, und der da in der Mitte, das bin ich. Was ist denn los, Ryan? Kannst du nicht schlafen? Ich bin die ganze Zeit unruhig und weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, es würde etwas Schlimmes passieren. Okay. Und was soll ich hier in der Zwischenzeit sein? Runden hoch. Die Mitte des Raumes ist schön, aber... Habe ich die schon gesehen. Kann ich mich nicht daran erinnern. Habe ich die schon gesehen. Kann ich mich nicht daran erinnern.